Es ist sehr gut und gefällt uns sehr. Nächstes Jahr bestimmt auch wieder dabei. Also wir sind jetzt kein Sportgymnasium oder Internat und sich dann nochmal mit Schulen vergleichen zu können, die das halt wirklich professionell machen und das halt immer zusammenspielen, dass man sich halt nochmal so an denen messen kann, das ist schon eine einzigartige Veranstaltung. Also wir hatten heute Finale und unsere Mädels in der jüngeren Altersklasse auch und es war die persönlichen Highlights, aber ich finde auch diese Veranstaltung hier sehr, sehr schön, der Aufwand, so die Basketballer, die fand ich echt eine coole Vorstellung. Sehr gut. Gute Stimmung. Die Basketballer, die waren richtig cool und da war auch mega Stimmung. Die Stimmung ist echt gut, ich hätte nicht so erwartet, dass es so laut wird und echt, echt schön. Also ich finde die Stimmung immer gut, also das hört man ja jetzt auch, auch emotional insgesamt. Also man unterstützt sich gegenseitig, auch heute im Finale hat man das sehr gemerkt, dass plötzlich Niedersachsen auch für Thüringen war oder so. Also man merkt halt, dass sie, es sind hier keine Feindschaften oder so, sondern man schließt hier auch schon Freundschaften.